Ich entwickle ein Spiel in einem Schloss. Letzter Tag und es gab noch viel zu tun. Als erstes haben wir die Grafik vervollständigt. Ich habe dann alle Level hübsch gemacht und verschiedene Leute das Spiel testen lassen. Und ihr kennt mich ja, das hat natürlich alles perfekt funktioniert. Und weil es heiß und stressig war, sind wir alle irgendwie ein wenig durchgedreht. Aber wir haben es tatsächlich noch geschafft, eine kleine Story für das Spiel einzubauen. Es geht nämlich um den krassen Schulweg, den ein Vater damals bewältigen musste. Voller Gefahren, Autos und Bösautos. Das ist also unser Spiel. Quicktime Rush. Und zur Feier des Tages gab es noch einen Rave in der Schlosskirche.